Schönen guten Morgen, heute ist super Wetter draußen und wir machen uns auf nach München mit dem Motorrad, weil dort ist die Make Munich und da können wir uns anschauen, wie man Lebensmittel mit 3D-Druck andruckt und über eine Augmented Reality-Brille einen Cocktail zusammenstellen kann. Legen wir los! Gehen wir mal so rum, ist zwar sonnenlichtmäßig ein bisschen blöd, aber dann trifft der Wind nicht direkt aufs Mikrofon. Ich bin jetzt gerade in München angekommen und zwar hier im Münchner Norden, in Dortmund im Norden sind wir, da habe ich wieder aufgepasst. Jedenfalls ist heute Make Munich und da gehen wir jetzt rein. Schuhe, Handschuhe, Hirnaufsitz und Hirneischel. Ganz sicher, ich werde überräumt. Ha! Sehr! Jetzt haben wir mal so, ich bin jetzt in der Zeit der Weisheit. Druck mit Schokolade, ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich so ein Ding zu Hause hätte, ich würde mir die Druckdüse direkt an den Mund legen. Ich bin jetzt in der M типа interessantAg da angekommen, wo ich auch nicht angefangen habe. Poichei ist gut, das nichtしました, wenn ich hier Menu und nicht absolut bin das Plat eram, świegipfelkirrenze grofern. Senaders wirst sie besser und freut Shamino zu meinem Team überingtonieren developer ja. Das ist unser dritter Cocktailmixer, den wir gebaut haben. Ursprünglich ging es als Studentenprojekt los mit einem kleinen Budget und haben mit Raspberry Pi angefangen und jetzt mittlerweile haben wir es auch schon auf eine Logo umgebaut, um zu zeigen, ob man die alles anwenden kann und das ist jetzt unser dritter und das ist da jetzt hier ganz kompakt. Wie funktioniert das mit der schönen Brille, die der Herr da anhat? Es geht praktisch darum, man sieht im zusätzlichen Sichtfeld noch eine Möglichkeit der Bestellung. Das heißt, man kann sich durch ein Menü durchklicken und dann dort darüber seinen individuellen Cocktail auswählen. Dabei müssen wir jetzt natürlich immer gucken, also dabei werden die Kanten vom Cocktailmixer über den QR-Code erkannt und dann so angezeigt, dass man ein Bedienfenster im Blick hat und dann ganz einfach, ganz simpel mit einer kleinen grafischen Visualisierung sehen kann, was für einen Cocktail man am Ende trinken möchte und dadurch entscheidet. Ganz genau. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, Abendmoderation mache ich zu Hause. Jetzt gönne ich mir noch ein bisschen Stadtfahrt in München bei Sonnenschein. So, wieder zurück. War richtig cool. Man hat auch gemerkt, dass es so ein paar Trends gibt, die letztes Jahr, zumindest habe ich es nicht in Erinnerung, letztes Jahr waren die nicht so stark vertreten. Nämlich das Drucken von Lebensmitteln. Und ganz vorne dran, die zweitgeiste Sache, die ich gesehen habe, war so ein Plätzchen und einen Schokoladen-3D-Drucker. Ah, supergeile Idee. Nee, hätte ich auch gerne. Da wird, glaube ich, so schnell keiner Nein sagen. Aber noch viel cooler war diese Getränkemischeanlage, die die Jungs da gebaut haben. So, in der Studienzeit einfach so ein kleines, äh, klein ist das falsche Wort, ein Projekt, das sie halt gemacht haben. Und, äh, die Jungs waren so nett und haben auch selber ein paar Worte dazu gesagt, deswegen halte ich mich ein bisschen, äh, kürzer. Aber, und das möchte ich dann noch schnell vorausschicken, ich habe schon oft gesehen, dass, äh, junge Studenten, noch dazu, wenn es im Maschinenbau oder Industrie- und Anlagenbau, Softwareentwicklung, äh, in diesen Bereichen gibt es öfters mal irgendwie junge Leute, die neben dem Studium so ein, so ein cooles Vorzeigeprojekt machen, das eigentlich nur cool ist, das jetzt nicht irgendwie in der Industrie wirklich eingesetzt werden kann. Äh, klar, die Technologie dahinter und, äh, die Software dahinter, ja, aber, äh, äh, mit diesen Mitteln ein, äh, cooles Vorzeigeprojekt zu machen, das halt einfach nur geil ist, wenn man es anschaut, das machen da öfters mal, äh, ein paar Jungs oder Mädels, darf man eigentlich ausschließen, da hat mir übrigens gefallen, da waren auch sehr viele Mädels da. Aber, nochmal zurück zu dieser Anlage, äh, das extrem Geile ist, äh, so perfekt und so hochkarätig wie das, was ich heute gesehen habe, äh, ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Also, äh, diese Getränke-Mischanlage und, äh, ein Menü, das sich über Holo-Brille, äh, in die reale Welt projizieren lässt, absolut klasse. Sieht auch spacig aus, wenn er dann mit der Brille dasteht und, äh, äh, in der Luft rumfuhrwerkt und, äh, auf einmal fängt die Maschine tatsächlich an, äh, ein Cocktail auszuschenken. Sehr geile Sache, sehr viel Respekt, Hut ab! , und, äh, ein Geschenk-Mischanlage und, äh, ein Geschenk-Mischanlage. Bis zum nächsten Mal.